Als Brokerage wird das Wertpapiergeschäft eines Discountbrokers oder einer Onlinebank bezeichnet. Früher war das auch die Kommission, die ein Broker erhoben hat. Wenn man also Aktien günstig über das Internet kauft, nutzt man das Brokerage. Es kommt aus dem Englischen. Beispiele wären zum OnVista oder Interactive Brokers, die ein Brokerage anbieten, wo man recht günstig Aktien und andere Wertpapiere handeln kann.